Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Schnur hier wieder in deine Jogginghose richtig einfällen kannst, wenn diese hier vorne einfach mal rausgegangen ist. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige dir jetzt einmal zwei Varianten, wie du das Ganze lösen kannst. Entweder wie hier bei einer dünnen Kordel zum Beispiel oder auch bei so einer dickeren Kordel. Zuerst einmal ist ganz wichtig, dass das Band hier komplett draußen ist. Wenn es also noch irgendwo zur Hälfte drinstecken sollte, einfach mal noch ganz rausziehen. Dann kommt Variante 1 zum Einsatz. Mit einem Strohhalm hier kann ich nämlich bei einer relativ dünnen Kordel hier das Ganze relativ schnell lösen. Hierfür die Schnur nehmen, diese einmal komplett durch meinen Strohhalm hier durchgeben, dass es auf der anderen Seite auch wieder raus schaut, so wie bei mir jetzt. Und dann gebe ich das Ende hier nochmal in den Strohhalm zurück rein, wo ich jetzt auf der Seite nochmal etwas anziehe und somit habe ich auch schon einen relativ stabilen Stab, welchen ich jetzt hier durchfädeln kann. Hierfür beginne ich jetzt einfach mal von einer Seite aus und das dauert jetzt natürlich etwas, bis ich den Strohhalm komplett durch meine Hose hier durchgefädelt habe. Es hilft übrigens sehr gut, indem ich immer hier ein kleines Stück weiter vorgehe und dann den Rest von der Hose wieder nach hinten ziehe und so einfach Stück für Stück durcharbeiten. Nach ungefähr 2 Minuten ist es jetzt endlich soweit. Der Strohhalm schaut wieder auf meiner anderen Seite raus. Jetzt kann ich nämlich diesen einfach noch natürlich rausziehen mit der Schnur. Die Schnur auch dann noch danach etwas weiter ziehen. Doch zum Entfernen vom Strohhalm einfach hier hinten einmal noch den Strohhalm drüber geben. Und schon habe ich meine Schnur wieder richtig eingefädelt. Wie du sehen konntest, für dünne Kordeln ist so ein Strohhalm hier wirklich super geeignet. Doch bei einer dickeren Kordel habe ich keine Möglichkeit, dass ich diese wirklich schön durch den Strohhalm durchbekomme. Und aus diesem Grund benötige ich jetzt mal einen dünnen Stecker. Das kann wie hier zum Beispiel einfach ein Sushi-Stab sein oder zum Beispiel auch noch hier solche Schaschlik-Spieße. Die sollten auch relativ gut funktionieren. Diese zwei Gegenstände muss ich jetzt nämlich miteinander verbinden. Hierfür am besten einfach mal ein Stück Klebeband nehmen. Dieses setze ich hier unten bei meiner Kordel an, gebe es hier rüber auf meinen Sushi-Stäbchen. Und dann wickle ich das alles einfach mal noch schön rum, dass es auch wirklich fest ist und nicht mehr voneinander gelöst werden kann. Jetzt wo die zwei Teile miteinander verbunden sind, kann ich wieder mit dem Fädeln beginnen. Hierfür wieder von der einen Seite reingeben und dann wie gerade eben auch komplett um die Hose rum. Das schaut doch schon super aus und es ging auf jeden Fall auch schneller, als wir mit dem Strohhalm jetzt aber auch nicht zu fest daran ziehen. Nicht, dass am Ende die Schnur hier vorne noch irgendwie abreißt. Doch ich würde sagen, das schaut schon relativ gut aus. Und somit habe ich auch schon das zweite Stück von meiner Hose hier wieder durchgefädelt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine hochwertige Sport- bzw. Jogginghose zulegen möchtest, egal ob für Jären oder Damen, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eine Sporthose zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Warumh't ihr ebenºражst. Abonnieren.